Die Überlebenden Drei, vier Andere wurden gefangen genommen, vergewaltigt, wie Vieh auf Sklavenmärkten verkauft und lebten jahrelang unter der Herrschaft des Kalifats Boxing Sisters, ein Programm für die psychische Gesundheit, organisiert von der kleinen NGO The Lotus Flower in einem vertriebenen Lager im Norden Iraks Alle Betreuerinnen hier sind Jesidinnen, Überlebende, die heute ausbilden Erzählt uns mal, warum ihr zu diesem Kurs kommt und was er euch bringt Wir müssen diese furchtbaren Erlebnisse wieder loswerden Es macht uns Mut, dass wir uns nicht zerstört fühlen Wir lieben diese Ausbildung Anfangs sagten uns die Männer, dass sie uns bestrafen würden, wenn wir herkämen Sie verstanden unser Interesse daran nicht Ich sagte, ich würde trotzdem gehen Ich habe mich gewehrt Wenn ich an unser früheres Leben im Dorf denke, tut das sehr weh Wir waren alle zusammen, hatten viele gute Zeiten, es war schön Bei meinen Nachbarn wurden 24 Personen gefangen genommen und nur vier kehrten zurück Nur wenige NGOs unterstützen die Überlebenden Bagdad schaut weg und gibt kein Geld Acht Jahre nach dem Angriff des IS leben die meisten Jesiden noch immer in Lagern Viele fürchten sich davor, in ihre noch immer unsichere Region zurückzukehren Nach all dem Grauen Das Provisorium wurde Alltag Nach dem Lärm der Bomben und dem Medienrummel ist es heute still geworden Viele werden noch vermisst Doch in einem Dorf nahe des Lagers geschieht ein kleines Wunder Rosa sieht nach acht Jahren bei Mies ihre Familie wieder Sie wurde mit elf Jahren verschleppt Ihre Muttersprache, Kurdisch, hat sie verlernt Sie spricht nur noch Arabisch Unverheiratete Jungen über 14 Jahre wurden mitgenommen Und wir Mädchen ab elf Jahren wurden alleine beiseite genannt Und die Familien, die Ehemänner, ihre Frauen und ihre kleinen Kinder waren noch in einer anderen Gruppe Ich war mit drei meiner Schwestern unterwegs Sie rissen mich und eine meiner Schwestern aus den Armen meiner Mutter und fingen an, die Mädchen zu verteilen Jeder kam und nahm sich eins Ich wurde von einem Mann aus Tel Afar gekauft Mit elf muss Rosa einen 50-jährigen Mann heiraten, einen Großvater Später kauft sie ein Libanese, der bald stirbt Es folgen rastlose Jahre in den Fängen des IS zwischen Syrien und Irak Herzlich willkommen Sie ist zurückgekehrt Der Anführer der Jesiden gratuliert der Familie Tief bewegt von Rosas Schicksal, die heute eine junge Frau ist Ich flehe dich an, hör auf unseren Gott Die Geschichte einer jesidischen Familie Rosas Großmutter war zehn Monate lang in IS-Gefangenschaft Ihre jüngere Schwester sieben Jahre lang Der kleine Cousin Renaz wurde mit zwei Jahren gefangen genommen und nach vier Jahren für 7000 US-Dollar von Mittelsmännern freigekauft Von Rosas Eltern, drei ihrer Schwestern und etwa 20 Familienmitgliedern gibt es seit acht Jahren keine Nachrichten mehr Man soll die Gefangenen, meine Töchter, diese Frauen, alle die noch gefangen sind, zurückbringen Unsere Familien sind zerstört Wir möchten zumindest die gleiche Aufmerksamkeit wie die vom Aussterben bedrohten Tiere hervorrufen, damit das Volk der Jesiden nicht verschwindet Wir sind Menschen, das habe ich beim US-Konsulat gesagt Rosa reist mit ihrer Familie nach Lalisch, dem heiligen Ort der Jesiden Damit ihre Gemeinde sie aufnehmen kann, muss sie dort gesegnet werden O weisse Quelle, reinige sie, hinterlasse in ihr deine Spuren O weisse Quelle, wasche die Sünde ab Entferne alle Leiden, die ihr Körper erlitten hat Möge Gott dich bewahren und dir ein langes und würdiges Leben schenken Sei willkommen Die ersten Frauen, die dem IS entkamen, wurden von den Männern als unrein zurückgewiesen Die religiösen Oberhäupter haben sie mit dem Vorschlag dieser heiligen Zeremonie vor der Verdammung gerettet Wer sich weigerte zum Islam zu konvertieren, erlitt Schreckliches und wurde verprügelt Am Ende kehrt jeder zu seinen Ursprüngen, zu seiner Religion zurück Die Jesiden erlitten viele Massaker in ihrer Geschichte Als kurdisch sprechende religiöse Minderheit mit uralten und geheimnisvollen Riten wurden sie von radikalen Islamisten schon immer als Teufelsanbeter verurteilt Gott rette unsere Leute aus den Händen des IS Wir verlangen nur die Freilassung unserer Gefangenen Wir bitten niemanden um etwas Wir wollen kein Geld oder Visa Wir wollen unsere Gefangenen Wir wollen aufklären Wenn man uns durch das Öffnen der Massengräber ihre Leichen übergeben kann Wissen wir wenigstens Bescheid Tausende Männer liegen begraben in der Erde Hingerichtet, enthauptet Von den 6800 Frauen und Kindern, die der IS 2014 raubte, konnten einige fliehen Andere wurden nach dem Sturz des Kalifats freigelassen 2700 werden heute noch vermisst Einige von ihnen könnten in Rojava leben, dem Kurdistan Syriens Von der internationalen Gemeinschaft und den Regierungen der Region im Stich gelassen suchen die Jesiden nach ihnen, allein, ohne Mittel In einem Dorf in Rojava konzentrieren sich die Mitglieder des jesidischen Hauses Auf die Gefängnisse und Lager der Gegend, in denen die IS-Kämpfer und ihre Familien festgehalten werden Wir haben diese Frau dank eines Freundes aus dem jesidischen Haus retten können Sie hat letzte Woche geheiratet Diese freiwilligen Retter haben schon über 400 Frauen und Kinder befreit, die unter den gefangenen IS-Kämpfern gelebt haben Sie nahmen auch Rosa auf, bevor sie ihre Familie wiederfand Die Frau, die wir neulich befreit haben, Rosa, sie haben von ihr gehört Sie hat uns erzählt, dass sich zwei, die wir gesucht haben, in die Luft gesprengt haben Diese Jesiden haben Selbstmordattentate verübt Der IS hat sie einer Gehirnwäsche unterzogen und sie sogar glauben lassen, dass die Jesiden ihre Familien getötet haben Sie verdrehen die Wahrheit und treiben sie in den Selbstmord Ihre Familien schicken uns Fotos und sagen, wir nehmen an, sie sind im Al-Hol-Lager Dann nehmen wir Kontakt mit den Wärtern und der Lagerverwaltung auf Wir gehen ein paar Mal hin, schauen uns um und wenn wir die Person, die wir suchen, gefunden haben, holen die Wärter sie raus Sie arbeiten mit uns zusammen Je mehr Zeit vergeht, desto mehr spannen wir sie ein Die Lage in Al-Hol ist derzeit sehr instabil, wir warten nun darauf, dass sich alles wieder beruhigt Das Lager Al-Hol ist wie eine tickende Zeitbombe Hier leben 60.000 Vertriebene und IS-Familien, die nach dem Fall des Kalifats von den kurdischen Kämpfern aus Rojava gefangen genommen wurden Die Kurden, die gegen den IS gekämpft haben, unterliegen den gegen Syrien verhängten Sanktionen und müssen allein ein Gefängnislager voller Ausländer und Kämpfer verwalten, die kein Land zurückhaben will Der IS bestimmt hier mit, er bedroht oder tötet jeden, der versucht sich zu entfernen Die Wärter werden ermordet In diesem Sumpf der Gewalt suchen die Retter immer wieder nach Gefangenen, die dorthin verschleppt wurden Unter ihren Peinigern leben, in die Armee mussten, terrorisiert wurden Und nach Kindern, die heute anders aussehen Dieses Mädchen heisst Marwa, wir suchen sie immer noch Wir erkennen sie an ihrem Mund Es sieht aus, als hätte sie Muttermale um den Mund herum Darauf konzentrieren wir uns Man versucht die Fotos aus der Kindheit mit aktuellen zu vergleichen oder sich vorzustellen, wie diese Kinder heute aussehen könnten Manche Geschwister lassen sich das gleiche Tattoo stechen, um sich wiederzufinden Auf diesem Foto von 2014 ist das Mädchen sieben oder acht Jahre alt Sie und ihr Bruder haben sich gesagt, wir wissen nicht, was kommt Aber es wird uns in den nächsten Jahren helfen, uns wiederzuerkennen, damit wir uns nicht verlieren Wir haben tausende Fotos. Rosa hat uns viele Informationen gegeben. Sie hat bestätigt, dass diese Frau in die Türkei gebracht wurde und jesidische Mütter ihre Identität verbergen, um nicht von den Kindern getrennt zu werden, deren Väter dem IS angehören Irgendwo in Rojava, an einem Ort, der aus Angst vor IS-Angriffen geheim gehalten wird, steht ein Waisenhaus Kinder von gefangenen jesidischen Müttern und IS-Vätern leben hier zusammen mit Kriegsweisen Wie heisse ich? Mama Ministerin Beim Besuch in dem von ihr betreuten Waisenhaus klagt die Frauenministerin von Rojava darüber, dass die Gesetze in Irak und Syrien den Kindern den Namen und die Religion ihres Vaters zuweisen Jesidische Familien akzeptieren keine Kinder von muslimischen Vätern Sie nehmen ihre befreiten Töchter in Empfang und sagen, aber das sind nicht unsere Kinder Nachdem sie jahrelang missbraucht und gedemütigt wurden, müssen sich die Mütter nun entscheiden Bleiben sie bei ihren Peinigern und behalten ihre Kinder oder lassen sie diese zurück, wenn sie in ihre Gemeinden heimkehren Vielleicht weisen Mütter, die die Ideologie des IS ablehnen, ihre Kinder leichter zurück Sie verlassen sie und ziehen weiter Sie schaffen es, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen Schwierig ist es für Frauen, die ihre Kinder verlassen müssen, um in ihrer Gemeinschaft akzeptiert zu werden Einige Mütter haben uns gesagt, dass wir in zehn Jahren noch einmal wiederkommen sollen Uns bereitet die Zukunft dieser Kinder Sorgen Hier in Rojava verwalten sich die Frauen selbst Wir haben Frauendörfer Wir könnten das Gleiche für sie und ihre Kinder tun In Rojava haben sie das Gesetz umgeschrieben Es schützt jetzt die Frauen und die Kinder tragen den Namen ihrer Mutter Es ist eine lange und beschwerliche Reise nach Sinjar, dem Land der Jesiden Bagdad hat die Grenze abgeriegelt Sie bauen dort eine 600 Kilometer lange Mauer Und die kurdischen Behörden in Irak kontrollieren eifersüchtig den einzigen Grenzübergang am Tigris Von Duhok aus warten auf 200 Kilometern 16 Checkpoints bis Sinjar Der Region der Jesiden Sie wird streng bewacht, ist fast unzugänglich Die Einfahrt in die Hauptstadt erzählt viel über die Jesiden heute Der Journalist Arges erinnert sich, dass zur Zeit der Kämpfe die irakische Armee und die Peschmerga der Regionalregierung sein Volk dem IS überlassen hatten Während die kurdische Guerilla der Türkei, die PKK, sie verteidigt hatte Das ist das alte Stadtzentrum von Sinjar Hier waren früher Geschäfte Auf der anderen Seite standen alte Häuser, manche waren über 100 Jahre alt Der IS hat alles zerstört, wir haben Straße für Straße gekämpft Das ist eine Geisterstadt Heute versuchen dieselben verrufenen irakischen Streitkräfte durch Drohungen die Kontrolle über das Gebiet zu erlangen Es gibt keinerlei Unterstützung für die Rückkehr der Jesiden in ihr Land Dieses Mal führen die Frauen ihren Widerstand an In den von der Katastrophe betroffenen Dörfern nahe der Türkei begannen die Frauen sich zu organisieren Unter dem Einfluss der PKK-Kämpferinnen Hier ist der Checkpoint weiblich und türkische Bombardements sind häufig Während des Völkermords durch den IS wurden unsere Männer getötet, geliebte Menschen Und jetzt drängen uns die türkischen Flugzeuge, unser Land zu verlassen Dieses Land ist unser Bruder, unsere Mutter, unsere Zukunft, unsere Existenz Wir verlassen es nicht, wir beschützen es Während der Kämpfe lebten wir Mütter in isolierten Zelten, als die Kameradinnen der PKK kamen, um unser Leid zu lindern Sie halfen uns und wir haben hier die Frauenversammlung gegründet Das Schicksal der Frauen lag in den Händen der Männer Sie konnten über unser Leben oder unseren Tod entscheiden Das darf nicht mehr sein Seitdem hat die Frauenversammlung an Größe und Stimme gewonnen Frau, Leben, Freiheit Die Demonstrationen gegen die Präsenz der irakischen Armee und die türkischen Bombenangriffe nehmen zu Für Sinjar wird eine autonome, paritätisch besetzte Regierung mit eigenen Verteidigungskräften gefordert Nach dem Vorbild von Rojaba Riham hat ihre Hausfrauenkleidung abgelegt, um den Widerstand anzuführen In einem der Häuser der Frauenversammlung in Hanassor Versammelt sie Mütter, die sich seit dem Massaker von den Männern emanzipiert haben Was macht deine Schwägerin? Sie ist zu Hause Sie kann zu den Demos mitkommen, das hilft ihr mal das Haus zu verlassen Wir können in den nächsten Tagen jede einzelne für unsere Frauenschutzeinheiten brauchen Unser Rathaus braucht viele helfende Hände, um die Arbeiten in der Stadt zu erledigen Mein Mann kann seine Arbeit nicht wieder aufnehmen Dein Mann, wie hast du es denn geschafft, dass er dir erlaubt hat herzukommen? Er achtet derzeit nicht mehr darauf Mein Onkel hat gesagt, wenn ich dich noch einmal im Fernsehen sprechen sehe, wirst du schon sehen, was ich mit dir mache Kannst du mir zeigen, was du gefilmt hast, als wir in der Versammlung waren? Ja, es ist im Archiv In dieser Frauenbewegung spielen Mütter und Großmütter eine Schlüsselrolle Jade Sheme, Mutter Sheme, steht in der ersten Reihe Diesmal versucht sie die irakische Armee aufzuhalten, die wieder einmal die Region besetzen möchte Nicht filmen! Sie filmen doch auch! Wir haben den Befehl, dieses Gebiet zu kontrollieren Also bitte! Wollt ihr mit den gepanzerten Fahrzeugen in den Krieg ziehen? Was ist los? Sie wollten das Dorf Misa besetzen Sie versuchen seit sechs Jahren unsere Region zu kontrollieren Dabei ist doch das Blut unserer Kinder noch nicht einmal getrocknet Auch wenn unser Blut fließt, werdet ihr nicht durchkommen Auch wenn sie mir die Augen ausstechen, werden sie nicht durchkommen Ich bin der irakischen Armee bekannt Wenn sie mich erwischen, sperren sie mich ein Ich kann nirgendwo mehr hin Weder in den Norden noch in den Süden Unsere Feinde stellen Videos auf Facebook und TikTok Sie führen einen psychologischen Krieg gegen uns, indem sie gefakte Videos veröffentlichen, die unsere Frauen lächerlich machen, damit sie aufgeben Weißt du, was man sie sagen lässt? Sie hat Streit mit ihren Kindern, die sich nicht waschen wollen In diesem Video wird Jade Sheme dämonisiert Sie wird zu einer Rakete Wir werden an zwei Fronten angegriffen Auf dem Land, von der irakischen Armee Und von den türkischen Geheimdiensten, die uns bedrohen Wir haben Freunde, die einen direkten Anruf vom türkischen Geheimdienst erhalten haben Ihnen wurde am Telefon gedroht, man würde sie töten Trotz all dieser Angriffe, Drohungen, trotz der Jobs, die sie uns anbieten Trotz all der Abschreckungstechniken ist der Wille der Frauen stärker als alles andere Die Frauenversammlung kümmert sich auch um soziale Projekte Sie hat eine Cafeteria für Familien eröffnet, weg von den reinen Männercafés Einen Park für Kinder gebaut und Arbeitsplätze für Frauen geschaffen, die noch nie gearbeitet haben Die Frauenversammlung hat dieses Projekt ins Leben gerufen, damit jesidische Frauen und Mädchen arbeiten können Wir verteilen 300 bis 400 Brote pro Tag kostenlos an die Armen Vor dem Berg, aufgeschüttet von den letzten türkischen Drohnenangriffen vor knapp einem Monat steht Reham auf der Bühne für einen festlichen Tag zu Ehren der Frauen Es lebe der Widerstand der Frauen Die jungen Karatekas inszenieren den Kampf gegen den IS Diesmal befreien die Frauen die Gefangenen Schließen wir uns zusammen Für ein freies Leben Ein Leben in Würde und ein Land, an das wir glauben Wir alle sind mächtige Frauen Leben in Freiheit Der Völkermord war auch ein Auslöser für die Emanzipation der Frauen in einer ultrakonservativen Gesellschaft Einige von ihnen griffen auch zu den Waffen Achin ist ihre Kommandantin Frauen, die entführt und auf dem Markt verkauft werden sollen Das war einmal Jetzt sind die Frauen bewaffnet Wenn sich die Frauen weiterentwickeln, verändert sich auch die Gesellschaft Männer sind dann gezwungen sich zu ändern Die Frauen akzeptieren keine Dominanz mehr oder dass die Gesellschaft ihnen etwas auferlegt Angegriffen von allen Seiten Von der internationalen Gemeinschaft ignoriert Allein auf der Suche nach ihren Gefangenen beim IS Eigentlich wollen die Jesiden doch nur zurück in ihre Heimat Die Frauen sind die Menschen Die Frauen sind die Menschen Die Frauen sind die Menschen